Willkommen in der deutschen Community von money.com. Hier ist die Vorlage für eine wöchentliche Checkliste auf money.com, die ultimative Lösung, um Ihre Arbeitswoche zum Kinderspiel zu machen. Suchen Sie in der Vorlagenzentrale nach der wöchentlichen Checkliste und klicken Sie auf Vorlage verwenden. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Arbeit optimieren, Projekte verwalten und effizienter als je zuvor mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Lassen Sie uns in die Vorlage für wöchentliche Aufgaben eintauchen und sehen, wie Sie Ihre Arbeitswoche verändern können. Zu dieser Vorlage gehören ein Board und ein Dokument, die anpassbar sind. Es ist Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, alles an einem Board. Fügen Sie Spalten hinzu, die zu Ihrem Arbeitsablauf passen und schon ist Ihr Board mobil. Wenn eine Aufgabe erledigt ist, haken Sie sie einfach ab. So einfach ist das. Die Vorlage verfolgt automatisch jeden Fortschritt und gibt Ihnen im Laufe Ihrer Woche ein Erfolgserlebnis. Mit Monday.com verpassen Sie nichts mehr. Behalten Sie den Überblick über Ihre wöchentlichen Aufgaben, steigern Sie die Produktivität und halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden. Alles mit der Vorlage für wöchentliche Checklisten. Wir sind MindClose, ein zertifizierter Partner von Monday.com.